Lieber, lieber Ernst, vielen, vielen Dank, dass ich wieder bei dir heute auf dem Seminar im Speaker-Training Nummer 1 dabei sein durfte. Es war wieder eine großartige Zeit, zwei Tage voller Übungen, Begegnungen. Ich denke, ihr da draußen alle habt auch eine Mission. Ihr wollt etwas sagen und sprechen zu können, ist einfach ein essentieller Skill, um eure Botschaft an das Publikum zu bekommen. Und ihr könnt natürlich irgendein Seminar in einem angestaubten Seminarraum buchen oder ihr kommt zum Ernst und ihr lernt wirklich sprechen. Ihr geht raus in die Natur. Es ist Training von der ersten Sekunde an. Es wird nie langweilig und die zwei Tage gehen vorbei wie im Fluge und ihr fühlt euch danach einfach nur großartig. Vielen, vielen Dank, lieber Ernst, dass ich wieder bei dir sein durfte und ich freue mich auf die Speaker-Cruise und weitere Trainings mit dir. Danke.